Hi! Und auch heute eine Liebesbotschaft für dich. Konzentriere dich, konzentriere dich an einen besonderen Menschen. Und da kommt die romantische Liebe. Amos Pfeil hat getroffen. Was heißt das? Also du hast diese Liebe gar nicht geplant. Diese Liebe ist in dein Leben gekommen und das hat dich geflasht. Also das hat dich wie Amos Pfeil getroffen. Also einfach bist du in dieser Liebesschwingung. Du bist total verliebt. Und das ist ein tolles Gefühl, weil das erhebt dich total. Und du siehst alles so romantisch. Und das gibt ein tolles Gefühl und er genauso. Und das ist einfach toll. Und genieße das. Hab einen wundervollen Tag und bis bald.